Was ist für mich Ökonomie der Menschlichkeit? Das beginnt einfach beim Menschsein. Wer bin ich? Was macht mich aus mit allem, was dazu gehört? Auch meine Gefühle, Emotionen und auch das Verknüpftsein mit meiner Mitwelt. Aus dem heraus handle ich verantwortungsvoll, in Freiheit, in Leichtigkeit, in Lebensfreude und im Vertrauen. Und es ist wunderschön, diesen Weg gemeinsam gehen zu können mit euch allen.